Eine kurze Ansage, nein, zwei kurze Ansagen. Also die erste Ansage ist folgende. Oje, es gab gestern kein Video und vorgestern. Nun, ich werde nicht mehr jeden Tag ein Video machen. Dafür schreibe ich tausend Wörter jeden Tag und die findest du in der Akademie. Und mit der Akademie kannst du jeden Tag weiterhin Deutsch lernen. Nur, falls du dich gewundert hast. Die zweite Ansage ist, dass es ein Sonderangebot gibt. Wenn du auf AuthenticGermanLearning.com Oh, jetzt kommt der Wind. Es ist so kalt hier. Nein, wenn du auf AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Sonderangebot gehst, dann bekommst du Zugang zu meinem E-Buch und Hörbuch und zur Eisen-Mitgliedschaft für nur 25 Euro. Und dann jeden Monat 10 Euro für die Eisen-Mitgliedschaft, damit du ein Mitglied bleibst. Aber ich bitte dir das E-Buch und das Hörbuch zusammen für 25 Euro an. Und wenn du das Paket wählst mit der Eisen-Mitgliedschaft, dann kriegst du noch die Eisen-Mitgliedschaft obendrauf und du brauchst im ersten Monat nichts für die Eisen-Mitgliedschaft zu bezahlen. Was meine ich mit Eisen-Mitgliedschaft? Nun, es gibt mehrere Niveaus, mehrere Level an Mitgliedschaften. Du kannst in der Akademie ein Eisen-Mitglied sein oder ein Bronze-Mitglied oder ein Silber-Mitglied oder ein Gold-Mitglied oder ein Platin-Mitglied. Das ist deine Entscheidung, wie viel du in Authentic German Learning und deine Bildung investieren möchtest. Zur Zeit ist es so, dass alle Kurse für Eisen-Mitglieder verfügbar sind. Aber je mehr die Akademie wächst, desto mehr werde ich dann auch Kurse nur für Bronze und höher machen. Und ja, damit ich mich mehr auf kleinere Gruppen konzentrieren kann. Ich möchte es auch so sein, dass ich dir wirklich das beste Übungsmaterial anbieten kann. Und das geht manchmal besser, wenn die Gruppe kleiner ist. Deswegen gibt es mehrere Mitglieder-Level, aber jetzt bekommst du Zugang zu allen Kursen als Eisen-Mitglied. Und das werde ich alles klar auf der Homepage zeigen. Also wenn du auf Kurse gehst, dann ist da mal eine Übersicht, welche Kurse verfügbar sind und welches Mitgliedschafts-Level du brauchst, um Zugang zu den Kursen zu bekommen. Das sind die beiden Ansagen. Also einmal, hey, falls du dich wunderst, es gibt nicht mehr jeden Tag ein Video. Und dafür gibt es die Authentic German Learning Akademie oder Akademie. Und es gibt Sonderangebote, ja. Also kauf das E-Buch und das Hörbuch und bekomme einen Monat kostenlos die Eisen-Mitgliedschaft. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Tschüss!